Ich hab ... ... Bruder, ja? Kannst du mal nach dem Weg gefragt? Aber du kannst doch aufpassen, ich würde nach vorne gehen, Bruder! Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann! Lach ich? Ey, lass die Jungs, bitte. Die haben nix damit ... Lach ich! Die haben damit nix zu tun, ey. Entschuldigung, Jungs. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, bitte? Hallo? Wir sind jetzt hier, ne? Ich such die Rhein-Moldi-Kirche. Da musst du lieber, die kommt nach Dortmund. Hast du, kannst du ein bisschen, ja? Entschuldigung? Entschuldigung? Könnt ihr mir kurz helfen, bitte? Ja. Guck mal, ich such die Rhein-Moldi-Kirche, ne? Du musst hier geradeaus ... Und dann einfach nur noch ... Ja, ich weiß doch, Bruder, ja? Hier geradeaus? Ja, und ... Komm, bitte. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Bruder, ich weiß doch selber nicht, Alter. Der hat mich doch selber so abgefuckt, letztes Mal, Bruder, ja? Ähm ... Junge, pass mal auf, nächste ... Bitte? Kannst du dich aufpassen? Ich hab gar nix gemacht. Doch, du stehst mir im Weg. Du kannst auch einen Schritt nach vorne gehen. Wo finde ich die Rhein-Moldi-Kirche? Ja, keine Ahnung. Pass mal auf, nächste Mal, Junge. Geh mal einen Schritt zurück, wenn ich komme, ja? Boah, das musst du aber Ihnen sagen, nicht mir. Kannst du dich aufpassen? Ich hab gar nix gemacht. Ja. Hast du nicht gesehen, dass ich von da komme? Kannst du einen Schritt zur Seite gehen? Ich hab gar nicht so mal nach dem Weg gefragt. ... und damit aufhören. Der Rest ist mir scheißegal, Alter. Ey, ist doch ... Wir sind jetzt hier. Was ist ... Kannst du nicht wissen, einen Schritt nach hinten gehen, wenn ich komme? Ja, ist doch okay. Kannst du auch vernünftig sagen. Auf jeden Fall ... Ey, sehe ich aus dem Klauenkeller-Pisser? Ich hab doch gar nix gemacht, ey. Wie, was, ey, was? Seh ich aus dem Pisser? Nein. Ja, du, ich bin hier schon eingeengt, ja? Aber ich weiß nicht, was ... Wenn du ein Problem hast, dann sag mir das. Bitte, ey, ich bin grad keinen Stress mit dir. Bitte. Ehrlich, ich will nur zu Rhein-Moldi-Kirche. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, was denkt ihr, wer er ist, ja? Ja, ich hab gar nix gemacht. Wieso bist du so aggressiv? Wir können das auch anders, die Männer klären. Was könnt ihr sagen? Nein, Alter, ich bin doch grad sowieso am Hauptbahnhof. Ja? Kannst du doch einen Schritt nach da gehen, wenn ich komme? Ey, ist doch okay. Ist nix okay. Ey, bleib ruhig. Bitte. Ey, sehe ich so aus, ob ich grad Spaß am Leben habe? Bleib ruhig. Ey, komm runter. Komm runter. Ey, was bist du mit dem Vogel, Alter? Bist du behindert, oder was? Komm runter. Komm runter, beruhige dich. Ey, ich hab gar nix gemacht. Schlick, schnack, schnack! Scheiße, Alter, ja. Jungs, eine Frage. Kommt ihr von hier? Nein. Nicht aus Dortmund. Ich suche Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Ach so. Es ist alles gut. Hey, beruhige dich. Komm her. Es wird alles gut. Beruhige dich doch mal. Heinz. Beruhige dich doch. Hey, es ist alles okay. Es ist alles okay. Komm. Es ist alles okay. So ein Schaden? Es ist alles okay. Beruhige dich doch mal. Es ist alles okay. Ganz ruhig. Bleib ruhig. Jungs, kennt ihr euch hier aus? Nein, wir kennen uns selber nicht. Ja, ich komm dann. Ich muss zum Hauptbahnhof. Wisst ihr gar nicht? Nein. Woher kommt ihr denn her? In die Garde, du. 17 Uhr bin ich da. Ja. Jungs, komm. Was? Von der Nördekirche. Von der Nördekirche. Scheiße. Was hast du gesagt? Bruder, ich frag die grad nach dem Weg. Zumindest hat er Pissler gesagt. Was für Pissler? Warte mal ganz kurz bitte, warte mal ganz kurz. Zumindest hat er Pissler gesagt. Jungs, hab ich Pissler gesagt? Halt deine Fresse, Mann! Zu wen hast du Pissler gesagt? Was laberst du, Bruder? Hä? Was ist los, Alter? Gehst du zu ihm oder was? Jungs, kennt ihr euch hier aus? Ja. Bist du Hauptbahnhof? Ich warte seit 10 Stunden auf dich. Wo bist du, Alter? Schrei mal nicht so rum, Alter. Geh geradeaus, links und dann rechts. Warte mal ganz kurz. Was hast du gesagt? Nix. Was hast du zu mir gesagt? Was soll ich gesagt haben? Ich soll ruhig sein? Wer hat das gesagt? Wie soll ruhig sein? Wer hat das von euch gesagt? Wer hat das von euch gesagt? Wer? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Warum hast du das gehört? Jetzt gerade hab ich das gehört. Ich hab gar nichts gesagt. Hab ich was gesagt, Jungs? Hat das einer von euch gesagt? Nee. Ich hab das nicht gesagt. Hey. Ich hab das nicht gesagt. Nein. Wer hat das Lust hier? Bruder, ist scheißegal. Ich suche die Reihe 0, die Kirche. Wir sind jetzt hier, ne? Bruder, das ist mir scheißegal. Sag ihn einfach, soll mich in meinen Kopf ficken, Bruder. Ich weiß es nicht, Bruder. Du pass mal auf, du kleiner P... Bruder, ich schaue auf alles. Wir sind nur aufpassen. Hast du was gesagt? Ey. Kannst du dich verraschen, oder was? Kannst du dich aufpassen, Bruder? Was? Kannst du dich aufpassen? Was? Pass auf, Alter. Was hab ich gemacht, Bruder? Pass auf, Junge. Was ist los? Echt? Chill mal, chill mal, ey. Was ist los, ey? Chill mal, chill mal, ey. Was ist los, ey? Chill mal. Was ist los hier, Mann? Hä? Gehört ihr dazu, oder was? Chill mal, Junge. Lass mich mal in Ruhe, ich hab doch nur noch Weg gefragt. Wollah, kaputt, ja? Ich bin jetzt hier, und jetzt? Ey, Bruder. Ich bin jetzt hier. Ich hab nur Spaß gemacht, aber. Ich bin jetzt hier, Mann. Ich hab nur Spaß gemacht, Bruder. Ich bin jetzt hier, Mann. Was ist los? Was ist los? Gehört ihr zu ihm, oder was? Nee, nee, nee. Wir wollen wissen, was ist los. Bruder, Bruder. Ich hab Spaß gemacht. Hat deine Schnauze, wer? Alter, ruhig dich. Ruhig dich. Ruhig dich. Ich beruhig mich hier nicht. Werd ein Problem. Komm, komm. Ist mir scheißegal. Hör auf. Komm her. Wir reden mit dir. Was interessiert mich das? Hab ich das zu dir gesagt, Alter? Pass mal auf, nächstes Mal, Alter. Fick nicht in meinen Kopf. Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Pisser? Warte mal, ganz kurz. Pisser? Ich hab gar nichts gemacht, hab ich gesagt. Ey, ich sag's dir. Götis zu ihm? Nein. Ich hab... Ich hab... Ich möchte... Pass mal bitte auf, Alter. Kannst du nicht aufpassen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum bist du so aggressiv? Ey, Bruder, warte mal ganz kurz, bitte. Was ist denn jetzt los? Kannst du mich einfach aufmachen, wenn ich von hier geh? Ich hab... Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab... Bruder, ja? Du hast doch mal nach dem Weg gefragt. Aber du kannst doch aufpassen. Eigentlich ruhig nach vorne gehen, Bruder. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Was für ein Kopfwicklerwaller. Ich schlack dich gleich kaputt. Warte mal. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Ich hab so schlecht Laune. Hast du mich verstanden? Ich... Sei doch einfach... Ey, gehst du zu dem? Ja, ja. Ey, ich hab gar nichts gemacht, Mann. Ehrlich. Warum lachst du? Lach ich? Ey, lass die Jungs, bitte. Die haben nichts damit... Lach ich! Lach ich! Die haben damit nichts zu tun, ey. Was passiert, Bruder? Bitte. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Bitte. Guck mal dein Handy. Komm. Komm. Mach mal her. YouTube, YouTube, gucke. Kamera, YouTube. Kamera, YouTube, Bruder. Ich hab dann keine Ahnung. Wollah, aber ich hab das. Misch, bitte 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 bitte. Was? Ja, das hat doch heute... Hey, beruf dich schon mal, wer bist du überhaupt? Guck mal da, Bruder, guck mal da. Das ist für YouTube, mein Bruder. Bro! Pass auf. Das war YouTube. Ja, ja. Ich hab gar nichts gesagt. Bruder, wer hat das Kraft? Ah! Die haben echt gleich gemacht, ne? Kamera, Bruder, für YouTube. Scheiße. Junge, was sollst du uns mal im Weg fragen? Ja, sag mal ehrlich. Was denn? Was sollst du uns im Weg fragen? Gib mal deine Hand, gib mal deine Hand. Ey, lass, hör auf, bitte. Wir gehen jetzt... War eine Utopie. Bitte? War eine Utopie. Ja, ich bin gleich voll, das ist mir gleich. Oh, Junge. Können wir zu streamen oder? Spaß, Junge, Spaß, Spaß, Spaß. Ey, YouTube-Video, YouTube-Video. Versteck dich. Ey, Jungs, bitte verzeih dir uns. Jungs, ich wurde gefeiert. Schick dir Kamera, Bruder. Ja, benutzt du noch mehr Zeit? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.